Es wird zu allen Feiertagen über Ostern Gottesdienste geben. Hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich aus der Andreas-Gemeinde zu einem kleinen Update. Nachdem die Politik in Sachen Osterruhe zurückgerudert ist, sind manche vielleicht ein wenig unsicher, was nun denn zu Ostern in der Andreas-Gemeinde stattfinden wird. Mit diesem Update möchte ich euch darüber ein wenig informieren. Es wird zu allen Feiertagen über Ostern Gottesdienste geben. Das fängt an am Gründonnerstag, den 1. April um 19.30 Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst für 25 Personen. Dieser Gottesdienst ist leider schon ausgebucht und er wird auch nicht im Internet übertragen. Am Karfreitag wird es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst geben für 30 Personen. Dazu kann man sich ganz normal im Kirchenbüro oder auch über die Homepage anmelden. Dieser Gottesdienst wird auch live gestreamt. Das heißt, man findet den Link auf der Homepage oder unter YouTube, dort unter dem Stichwort Andreas-Gemeinde Neumünster und kann ihn so live zu Hause mitverfolgen und mitfeiern. Am Ostersonntag wird es einen Osterfrühgottesdienst um 6 Uhr geben für 30 Personen, zu denen man sich auch ganz normal anmelden kann. Dieser Gottesdienst wird aber nicht im Internet gestreamt. Dagegen aber der um 10.30 Uhr, der Festgottesdienst, auch für 30 Personen, zu denen man sich entweder wieder anmelden kann oder den man dann live über unsere Kanäle mitverfolgen und mitfeiern kann. Am Ostermontag werden wir zwei Gottesdienste zusammen mit der Lutherkirche feiern. Einer wird hier live aus der Andreas-Gemeinde gestreamt, nämlich um 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst. Den kann man nicht live besuchen, aber man kann ihn live mitverfolgen, mitfeiern. Und ebenso der Gottesdienst um 10 Uhr aus der Lutherkirche, ein Festgottesdienst, zu dem man sich natürlich in der Lutherkirche, dort im Kirchenbüro oder auf deren Homepage auch anmelden kann, wenn man ihn dort vor Ort miterleben möchte. Ihr seht also, eine ganze Menge Gottesdienste und Veranstaltungen sind möglich. Trotz Corona sicherlich einige Dinge natürlich auch nicht, die wir an Ostern so gerne zusammen machen, wie unser Osterfrühstück oder die Ostereiersuche. Das ist alles leider dieses Jahr wieder nicht möglich. Aber immerhin, wir können das Osterfest feiern und das ist wirklich schön. Das ist das Wichtige, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir gemeinsam beten, Gott sein Wort hören, wieder Hoffnung schöpfen. Das ist das Entscheidende. Noch eine kleine Zusatzinformation auf Empfehlung der Nordkirche. Und das haben wir auch mit der Lutherkirche abgestimmt. Wird es ab einem Inzidenzwert von 100 in Neumünster in Tungendorf keine präsentischen Gottesdienste geben. Das heißt, wir werden dann nur streamen. Darüber werden wir aber alle Angemeldeten zu den Gottesdiensten auch nochmal gesondert informieren. Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall sein wird und dass die Werte sinken. Wir grüßen euch aus der Andreas-Gemeinde noch einmal ganz herzlich. Wir wünschen euch eine gesegnete Osterwoche, gesegnete Feiertage. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017